so hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürme ja heute gibt es mal wieder fever mobile ich glaube ihr habt alle lange darauf gewartet ja ich habe lange nicht mehr gespielt weil ich ja umgezogen bin ihr alle wisst denke ich mal deswegen gab es lange nichts mehr und heute ja heute starte ich wieder eine folge und zwar mache ich jetzt mal wieder hier ligaspiel und zwar war ich hier lange nicht mehr drin und ja ich suche mir jetzt mal ein spiel heraus wo ich meine dass der in ordnung ist jahrhunderte ist mir ein bisschen zu viel 93 geht nicht mehr schon mal hier die 94er und spiele ich meine in der zeit hat erst jan ist hier meine liga verwaltet jetzt ist gamer simon streng mal die haben jan ist ja das gut gemacht jetzt macht glaube ich gamer simon gut macht schön eure spiele sonst werdet ihr halt gekickt so und wir zocken jetzt mal hier so so 1 0 sehr schön so 2 0 ich denke mal eine von einige von euch werden jetzt schon irgendwie was weiß ich 10 0 oder sowas so 1 1 3 0 so tolle chance und jawoll ski 40 ecke ball eckballes gift oder auch nicht meistens gehen sie bei mir rein die ecken 5 0 5 0 6 0 jo 6 0 ab besser als nix oder ich muss auch wieder erst reinkommen hier so dann mache ich mal das nächste spiel und zwar hier gegen machen wir hier den 94 ich habe auch nur ein 91 team falls ihr das wissen wollt ich zeige euch schnell mal mein team falls ihr das noch nicht gesehen habt das ist wenn man kaum spielt so einfach nach vorne geballert so gehen wir aus dem weg ach man so hashtag bogen wie gamer josh da immer sagt aber ich habe schon gemerkt dass manche nicht mehr so auf fifa mobile stehen oder habs gehört so ob stimmt weiß ich nicht ihr könnt mal in die kommentare schreiben ob ihr noch gerne fifa mobile zackt oder guckt wurscht so jetzt aber hier der war doch gar nicht schlecht hier oder was man hier ach keiner wo ich anspielen kann so noch ein spiel dann habe ich meine ligaspiele gemacht zwar nicht hoch aber ich habe sie gemacht 94 was haben wir denn hier noch noch im 94 ja okay dann mache ich mal also ich muss noch mal viel üben so danach machen wir noch mal ein paar event spiele es gibt es doch nicht bam geht doch ja bolski ja jetzt läuft es hier jetzt läuft es ach uja schönes tor so gegenangriff bam sehr schön auch gut 6 0 9 ok ich muss noch mal wieder ich muss noch mal wieder ich muss noch mal wieder das ist jetzt hier geht es schon mal nicht so gut oder ich probiere uns mal ich gucke doch lieber hier auf mein handy so 8-0 ach der hat gehalten ekebel, ekebel ist Gift ach der hat wieder gehalten so ein Strudel Konda angriff ach was war denn das für ein Konter komm ein Tor noch wieso nach hinten, was soll denn das nein an den Pfosten war das noch so so Leute ich hab mal eine Spiele gemacht 18 Tore, das ist lächerlich naja egal egal wo ist denn mein Bruder wer hat mein Bruder hier rausgeschmissen oder ist er selbst rausgegangen hier unten ist er hey okay so jetzt machen wir noch ein paar Events und dann war es das für dieses Video wir machen wir hier Liga Rewon so was haben wir denn hier Rennduell so das hier okay ja er fällt hin wie so ein Volkes Soffenei komm seht ihr geht doch geht doch so zwei Valenpunkte okay so was müssen wir hier machen Ziele und Figuren eigentlich geht eigentlich auch noch recht gut Event fan okay okay so dann schauen wir uns noch schnell die Werbung an mach ich aber schnell den Ton aus so Hashtag Werbung mal gucken ob ich das rausschneide keine Ahnung ihr werdet es ja sehen sonst wird das Video viel zu lange aber ich denke mal mal gucken so zwei Valenpunkte sehr schön jetzt haben wir 10 auf jeden Fall gibt es gibt es eine sperrte Partie du kannst alle acht Stunden einen neuen Pfad wählen hm keine Ahnung so geben wir uns mal hier die Punkte holen jetzt muss ich mal selbst gucken hier wie viele ich habe hier 120 das hier wären 10 das wären auch 10 das wären 10 und das wären 10 äh ne 80 80 90 100 110 hoch 25.000 Münzen sehr schön so zack öffnen das nächste zack so öffnen wir das auch mal das nächste öffnen flanken Torwart Stellungsspiel und Kopfball und dann hier ich weiß nicht was ich mit dem machen soll aber mir egal zack vielleicht kriegt man den ja auch los ich weiß ja auch nicht und dann kann ich noch einmal hier öffnen und bekomme nochmal 25.000 Münzen das ist nochmal sehr schön so schnell kriegt man 25.000 Münzen so ich denke mal das reicht jetzt für dieses Video hier ich mache jetzt noch diese Dings hier auf Tagesbonis nochmal hallo so jetzt Tagesboni abgeschlossen sehr schön dann machen wir das mal öffnen und share was habe ich mit share 75er share lächerlich so ich weiß gar nicht wo ist denn das hier Team of the Week 60 von 100 ok gucken wir noch schnell hier die Werbung so schauen wir uns das noch schnell an hier dann bekommen wir nochmal 5 Totti Punkte und dann war es das für dieses Video so da haben wir nochmal Punkte dazu bekommen 5 Stück jetzt habe ich 65 naja ok windgipsen was ist denn hier überhaupt jetzt Piquet Lukaku Lewandowski Gomes Fekir Can dann ja ein paar Stück so dann war es das für dieses Video und ich zeig noch kurz noch schnell hier mein Team falls ihr es sehen wollt ja ich habe nur 63 Chemie ich weiß ich müsste mal gucken dass ich mal ein bisschen mein Team umstelle oder ja mal schauen so ich hoffe euch hat das Video gefallen und gebt schönen Daumen nach oben und falls du noch kein Abonnent bist lasst kostenlos ein Abo da ich würde mich sehr darüber freuen und denkt dran mal in die Kommentare zu schreiben ob ihr FIFA Mobile noch zockt oder gerne schaut und dann würde ich mal sagen bis zum nächsten FIFA Mobile Video und dann sage ich mal Ciao